Halli, hallo, hallöle und herzlich willkommen zu ExoSock der Sims 4 und ich hoffe auf irgendeine Art und Weise familienadäquat. Ja, Kitami ist gerade dabei, nachdem sie eine Kollegin doch sehr übel zugesetzt hatte, hier ein bisschen Zeug einzusammeln und das macht sie eigentlich ganz gut so. Oh, da kriegst du so schöne Minderhals rein und ich hoffe, dass wir auch noch ein paar schöne Kristalles kriegen, die werden wir auf jeden Fall auch nochmal unten in den geheimen Keller Räumlichkeiten positionieren. Okay, dann darf sie einmal hier bitte graben, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4 und Nummer 5. Genau, danke sehr. Gut, jetzt muss ich mal gucken, was haben wir mit Zeit noch? Wir haben noch 2 Stunden 53 Minuten, Spaß ist okay, Hygiene ist okay, Hunger ist alles okay. Kann man mit leben, kann man mit leben. So, jetzt muss ich mal gucken, wo haben wir den nächsten Knotenpunkt, der in der Nähe ist. Äh, da ist alles ein bisschen weit weg, da ist ein bisschen weit weg, hier wäre der nächste mögliche Knotenpunkt, da lassen wir es ja mal ein bisschen runterarbeiten, bevor ich dann die 4 Dinger da aktiviere. Komm mal hinne, hinne, hinne. Wir haben doch keine Zeit. Ja, doch, Zeit haben wir doch, wir haben Zeit, oh, haben wir Zeit, wir haben wirklich Zeit, ey. Wow, 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 so, das heißt, 1, 2, 3, 4. So, dann schalten wir mal wieder auf Kitami, kann mal Kitami ein bisschen so über die Schulter gucken, wie sie sich da sozusagen macht und rumfummelt und macht und tut. Wir haben hier wieder eine richtig lässige Fräbenrate. Warte, ich hab, haben die das Spiel irgendwie etwas optimiert, wenn man nicht im Baumodus ist, dass sie flüssiger ist? Also, ich kann mir nicht erinnern, dass ich immer so eine Fräbenraten hatte, das ist ja der Hammer hier. Das, das, das Drehen macht direkterweise Freude. Das ist ja aber der Hammer. Äh, wo rennen sie denn hin? Junge Dame, hä? Ui, da wird einem übel. Oh, oh, oh. Naja, das ist so. Da sind auch nochmal welche. Komm, geh mal hin. Genau, hab ich extra schon für die angeklickt. Gut, was haben wir denn? Eine Stunde noch was. Gut, wo ist die nächste Note in der Nähe? Die nächste Note, das ist die hier. Okay, das heißt, also einmal, zweimal und dreimal. Okay. So, wieder rumschalten. Das macht sich. Das macht sich sogar wirklich. Mensch, wie sich das macht. Das macht sich ja sowas von herrlich. Ja. Okay. Nächstes Material, bitte. Dafür bin ich so langsam. So, die drei Dinger. Dann hat sie die als nächstes Ziel. Da sind dann nochmal vier. So, einmal bitte graben. Einmal bitte graben. Auch dem mal bitte graben. Und dem mal bitte graben. Und jetzt gibt es Einblendungen. Arbeitstag. Aha. Okay, das wissen wir. Okay. Naja, vier Minuten hat sie nicht mehr. Das sind nur noch 50 Minuten. 50 Minuten? Noch. Kriegen wir da noch was hin? Mal schauen. Was ist das da? Aha. Jemand, der freundlich trainiert. Hm. Wir können ja nochmal versuchen, ob wir das da noch rankriegen. Graben. 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 Ja, voll. Gut. Und nochmal graben. Also viel mehr werden wir definitiv nicht hinkriegen. Vielleicht kriegen wir hier ein, zwei Teile hin oder so. Schauen wir mal. Das haben wir. Das ist 21 Minuten. Boah. Wenn sie nicht nur so dusselig rumlachen würde, dann würde sie, glaube ich, noch mehr schaffen. Ich glaube, das schafft sie da oben nicht mehr 14 Minuten. Nee, das ist... Das ist illusorisch. Das kriegt sie nicht hin. Das wird ja nüchter. Ja. Da müsste sie ein bisschen schneller kloppen. Vielleicht mit einem Päckchen TNT rangehen. Ich finde sowieso ein bisschen teilweise den Zeitverlauf. Und die Aktionsgeschwindigkeiten teilweise sehr seltsam. Wenn ich mal sie sehe, wie lange da manche Aktionen dauern, ist das schon ein bisschen seltsam. Gut. Kitami hat aufgrund hervorragender Arbeitsleistung als Alien-Forscherin eine Gehaltserhöhung bekommen. Sie verdient jetzt 10 Simoyon pro Stunde mehr. Also insgesamt 267 Simoyon pro Stunde. Was ist eine Gehaltserhöhung? Kriegt sie nochmal? Wow. 3.007 Simoyon. Geht's nach Hause? Es geht nach Hause. Juhu. Es geht nach Hause. Feierabend. Ja, das ist der beste Abend, der Feierabend. Weil man kennt's ja. Ja, Feierabend ist der beste Abend. Der Abend, den man halt genießen kann. Dann und wann, wenn man mal Ruhe hat und so weiter und so fort. Und jetzt fallen mir keine Reimer ein. Äh, ja. So ist das manchmal. Muss nicht immer ein Reimer einfallen. Nee, nee, das ist ja... Ich bin ja nicht hier so mancher Let's Player, der halt doch schon von der ersten Stunde dabei ist. Und nur aus den 18er Jahren so ein Witzebuch hatte. Ja, so ein Witzebuch hab ich nicht. Solltet ihr so ein Witzebuch haben und meint, ja, der Exos könnte auch so ein Witzebuch brauchen. Wie der Großvater von Onken. Jetzt wisst ihr, wie ich meine. Ähm. Dann könnt ihr mir gerne mal so ein Witzebuch zukommen lassen. Ist jetzt die Musik weg? Ich höre keinen Sound mehr. Ich hoffe, das hat jetzt kein Problem mit der Aufnahme. Jetzt krieg ich ja ne Krise. Ja, merkwürdig. Es ist alles gerade so ruhig geworden. Hm. So stille. Und ich weiß nicht warum. Es ist so ruhig. It's quiet. It's too quiet. Es ist so quiet. Es ist so ruhig hier. Es ist die Stille vor dem Sturm. Lass dir sagen. Ja, die Stille vor dem Sturm. Und wir haben ja auch ein Ladescreen. Jetzt weiß ich nicht. Geht der irgendwann mal zu Ende? Geht der mal nicht zu Ende? Haben wir wieder mal ein klassisches Aufnahmeproblem? Ich weiß es nicht. Äh, ist echt. Ja, was ist los? Hm. Die Tipps laufen noch durch. Kann ja meine Tipps vorlesen. Du kannst Settnis am Objekt erfinden, indem du das Weltall in einer Rakete erkundest. Schließe Launen ab und erhalte Zufriedenheitspunkte, um Belohnungsmerkmale zu kaufen. Okay, es ruckelt, ruckelt, ruckelt. Ah, wir haben doch noch Sound. Drücke F4, um die Galerie zu öffnen. Oh Gott. Gut, es ist 19 Uhr. Pause. Gut, was haben wir? Wir haben... Weiter geht's wegen Beförderung. In dieser Karriere ist der Himmel die Grenze. Gut. Äh, du wurdest befördert. Das ist sehr schön für dich. Äh, weil wir so nah an den Kohle-Counter sind. Äh, wird dich aber überlegen, ob du kündigst. Genau, du kündigst. Der Job, der erfüllt dich nicht mehr. Ja, der erfüllt dich wirklich nicht mehr. Das heißt, du gehst erstmal auf Outfit ändern, gehst in die Alltagskleidung, dann gehst du auf Telefon, dann gehst du auf Karrierehaushalt und du gehst auf Job kündigen. Das ist schon eine krasse Entscheidung, wa? Wenn man es überlegt, so in der finanziellen Notlage, nee, allgemein Wirtschaftslage und dann Job kündigen. Aber die Quadrups können sich das... Oh, die können sich das leisten. Das sieht cool aus, die Pflanze. Ich glaube, von denen werden wir ja mal mehrere machen. Gut, du darfst... Bewässern. Was? Diese Pflanze braucht kein Wasser. Diese Pflanze braucht kein Wasser. Warum auch immer, aber sie braucht kein Wasser. Das ist eine sehr tolle Pflanze. Die ist sympathisch. Gut. Das heißt... Warte mal, jetzt brauchen wir doch mehr ein paar Wände. Äh, Wettmacher wird dann. Wir machen, wir machen, wir machen, wir machen, wir machen, wir machen. Äh, wir werden mal was gegen den Hunger machen. Das heißt, du darfst dir das Ding mal hier eröffnen. Äh, darfst dir hier mal ein Gerücht herausnehmen. Und während das passiert ist, geht's weiter. Und zwar, unser Herr Blondschopf. Unser Herr Blondschopf. Darf natürlich auch sein Outfit ändern. Geht auf die Alltagskleidung. Und, äh... Was hast du für Bedürfnisse? Sie sehen eigentlich ganz gut aus. Bis auf deine Belasee und deine Hyäne. Einmal Hände waschen, einmal Zähne putzen. Dann bist du auch in der Reihe. Wie sieht's denn hier? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Warte noch, warte ein Weilchen. So, schnell mal das hier verwenden. Hier die Hygiene auf jeden Fall mal boosten. Okay. Und, äh... Dann, 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 dann. Können wir dann wieder ein Lied lizenzieren? Genau, wir haben ja Montag. Klavier. So, was wollen wir denn machen? Es ist, es ist, es ist, es ist. Mut in the morning. Mut in the coffee. Äh, wir machen mal, lachen mal wieder Emo. Wir haben ja so einige Songs, die sie raushauen kann. Okay, das läuft. Das läuft, das läuft, es läuft. Es läuft, es läuft, wie es läuft. Manchmal läuft's auch. So, und dann wollte ich jetzt was probieren. Genau. Dazu gehen wir mal hier runter in den geheimen Keller. Gehen auf unsere freundliche Kitami-Quantum. Gehen hier rein. Und schnappen mal ein Kristall, den wir hier rausstellen. Können wir dann hier mal so schön verteilen. Äh, ist das schick, ja? Gut, dann haben wir noch solche hier. Hahaha. Herrlich. Hä? Einer hier hin. Einer hier hin. Haben wir noch mehr Kristalle? Oh, wir haben noch so viele Kristalle. Einer hier hin. Ich muss die erstmal so ein bisschen sporadisch Grund verteilen. Die richtige Verteilung kommt gleich noch. Machen wir mal. Äh. Machen wir, da war doch grad grün. Machen wir, ich mach mal Pause. Die Zeit rennt mir da hinten weg da oben. Weiß nicht, was die machen. Ich weiß nicht, was die machen. Aber was die machen, das ist jetzt unanständig. So. Was haben wir denn noch? Ein Kristall. Oh, wir haben noch Knallrote. Wir haben noch Knallrote. Die sehen so gut aus. Juuuut. Lilane haben wir auch noch. Äh? Da ist doch die lilane Lampe. Dann machen wir das mal in der Nähe. Dann haben wir noch Jelplisch. Haben wir irgendwann noch was? So, hier einen hin. Mit Feinjustierung der Kristalle kommt, wie gesagt, noch. Machen wir mal gucken, was wir denn zaubern. Okay. Die Geoden, ich weiß nicht. Das Standing Display stört. Hier haben wir noch grüne. Alter, was hier? An Kristallen rumlungert. Oh, ho, 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 ho. Herrlich, herrlich. Es gibt größere Kristalle und es gibt kleinere Kristalle. Das ist ja schon mal auf diese Art und Weise faszinierend. Die sind schon von... Oh, blaue. Blaue Kristalle sind cool. Gut, das reicht erst mal. So, dann gehen wir in den Baum-Modus. Gut, und jetzt geht es noch mal richtig ab. Hallöchen, kleiner Kristall. Yes. Ja, natürlich. Was habt ihr denn gedacht? Habt ihr gedacht, ich lasse die so klein oder was? So. Ich glaube, ich mache den ein bisschen kleiner, oder? Was guckt da für ein Ding raus? Ist das Standing Display, was rausguckt? Ich werde hier mal drehen. Ja, so ist besser. Ja, wie geil ist das denn? Ja, was habt ihr gedacht? Habt ihr gedacht, ich belasse das hier so? Ja, hier ist noch mal ein großer Kristall. So, so ist es cool. So, machen wir noch eine andere Kristalle größer. Muss mal gucken, wie ich die hier hinmache und so. Ich mache die hin. Oh, das klingt doch nicht so. Oh, yeah. Okay, so will er nicht. So würde er wollen. Ja, da kommt die Kristallstruktur so schön durch. Dann stört natürlich der arme Kleine hier. Machen wir auch ein bisschen größer. So, okay. Jo, wir haben ein Yellow. Ein Yellow Kristalle. Ich finde das schön hier mit dem Geheimgarten. Es ist, also einer, ich muss sagen, das ist so gerade ein Projekt hier, was ich so richtig lieben gelernt habe. Na, was ist los? Na, ich glaube, den kann ich ein bisschen größer. Der ist richtig mächtig. Das ist ein mächtiger Kristall. Der Kristall... Genau, Kristallos. Das ist Kristalloros. Kristallorossos. Ja! Wenn der groß ist, dann weiß ich auch nicht. Ja. Die dürfen auch so ruhig so ein bisschen durch die Mauer durch. Das ist super. Kriege ich den eigentlich auch noch ein bisschen größer? Oh, ja. Dann habe ich das Problem, dass die bestimmt aus der Decke gucken werden. Das ist blöd. Nee, nee. Der darf nicht so groß. Apropos durch die Decke gucken. Ja. Ja. Kristallor guckt durch die Decke. Guckt noch woanders jemand durch die Decke? Da muss ich aufpassen. Da muss ich... Da muss ich aufpassen. Das ist blöd. Ach, du Schande. Ja, Kristallor guckt durch die Decke. Ja, tut mir leid, Kristallor. Du musst doch eine Stufe kleiner. Ja, ja. Das ist manchmal so. Okay. So. Überprüfen wir das nochmal. Ja, passt, wackelt, hat Luft. Ja, 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 ja. Das ist so mit den Kristallen. Oh, man, 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 man. So, hier haben wir noch einen so diesen schönen smaragden Couleur. Ja. Ja. Dieses smaragde Couleur wird ihm präsentiert von Exos Entertainment. Oh, herrlich. Juhu. Ja, hä? Wow, 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 wow. So langsam wird dieser geheime Ort zu einem Örtchen der allgemeinen Verzückung. Ja, ja. So, hier einer noch hin. Machen wir den nochmal ein bisschen größer. Aber nur ein bisschen. So, den drehen wir mal, damit wir hier nochmal andere Optiken reinkriegen. Oh, der ist jetzt auch noch sehr klein, ja. Der kommt ja auf den Kie... Ah, der geht leider nicht rauf. Naja, dann, das meine ich da. Ich wollte ihn also ein bisschen so zwischenstecken. Ich verstehe da, was ich meine. So genannte Zwischenstecker, ja. Total, kriege ich den hier so reingestopft so halb. Ja, das ist eine Kristallablage, wo die so halben Felsen ist. Ist ja durchaus normal. So, okay. Viele kleine Kristalle haben wir nicht mehr. Ja, ja. So, wir machen sie jetzt alle noch eine Stufe höher. Drehen die auch ein bisschen dabei. Außer der hier vielleicht mal. Ah, komm mal, immer hier liegen. So, den lassen wir mal so rumdrehen. So, den mal so rumdrehen. Dass das alles ein bisschen so ein bisschen wirkürlicher aussieht. So, Zufalls... System. Naja, Zufallssystem, so wie es halt geht. Ähm... So, einmal so drehen. Den lassen wir auf der Größe. Den lassen wir auch auf der Größe. Ein paar kleine Kristalle dürfen auch hier sein. Okay. Gut. Ich gucke noch mal nach, was wir noch haben. Vielleicht haben wir noch mal schönes zum Platzieren. Dann... Mysteriöse Zeitkapsel. Ne, ich weiß nicht. Äh, so ein Kristall. Ist ja einer, der vielleicht cool aussieht. So ein gelber, so ein blauer sieht cool aus. Genau. Nehmen wir mal rein. Blau geht immer. Dieser blauer Kristall besteht durch seine... Oh. Der geht gar nicht größer. Hier. Das ist das Maximum, was ich aus den... Wow. Das ist das Maximum. Alter, Föder. Ne, wir schreiben mal. Ich komm. Hoppala. Ja. Ah, so eine schöne, große... Ist schon nice. Ist schon nice. Ist schon nice. It's nice. So. Genau. Gut. Was haben wir denn noch? Was hätten wir denn noch? Was hätten wir denn noch? Gucken wir mal weiter unten. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Gewöhnlicher Meteorstein. Ja, den können wir ja theoretischerweise auch noch mal irgendwo hinstellen. Hoppala. Jetzt haben wir da meinen Baumodus. Und ich überziehe schon wieder, aber das ist mir jetzt gerade egal. Das ist mir gerade so egal. So, warte mal. Eine andere Seite. Hier steht schon so viel. Da steht schon so viel. Das ist so meine most clicked Zeit. Da ist das Ding dahinter. Da ist das Ding dahinter. Ach, das ist alles schon so. It's some like filled. Das geht leider nicht. Das wäre cool. Ja. Machen wir es hier hin. Ja, super. Gut. Wir sehen uns morgen wieder. Wir sehen uns morgen wieder. In dem Sinne. Ja, euch alle. Einen schönen Tag. Ich gehe noch mal kurz aus dem Baumodus raus, damit ihr noch ein bisschen gucken könnt. Ja. Gucken wir mal nach, wann wir vielleicht noch was haben zu platzieren. Naja, sieht eher nicht so aus. Ich glaube, das war das einzige große Displayteil. Ja. Gut. Ich wünsche euch in dem Sinne alle einen schönen Tag. Bleibt soweit gesund. Und wenn ihr wollt, mögt, könnt oder dürft, sehen wir uns morgen wieder. Also, ciao, ciao.